Nutzt du die Zeit im Café oder im Zug, um zu arbeiten? Nutzt du das Internet, um dir den Gang zur Behörde zu sparen? Nutzt du digitale Bücher für die Schule oder die Uni? Nein, wir fordern freies und schnelles WLAN immer und überall. Wir fordern ein einheitliches E-Government-Internet-Portal, damit du dir zukünftig den Gang zum Amt ersparen kannst. Wir fordern freie Bildungsmaterialien für alle. Der digitale Kompass. Unsere 36 Vorschläge für eine digitale Gesellschaft. Digitale Themen treffen auf Mitbestimmung. Sag uns deine Meinung. Wir bringen deine Anregungen in den Landtag NRW.